Pah-pah-pah-pah-pah-pah-pah-pah-pah-pah-pah-pah-pah-pah-pah-pah-pah-pah-pah-pah-pah-pah-pah-pah-pah-pah-pah-pah-pah-pah-pah-pah-pah. Hallihallo und herzlich Willkommen zu meinem Arbeitsplatz. Ich habe ja mein Lied geschrieben, gesehen, gewusst, geschwiegen, was meine erste Single werden wird. Und zwar ist das für die Rolle der Helena. Ich habe ja vier Frauen gestalten und eine davon ist die Helena. Ich habe es auch selber aufgenommen in meinem Home Recording Studio und ich habe auch ein Musikvideo dazu gedreht und auch fertig geschnitten. Jetzt liegt es aber an mir zu planen, was man eigentlich bei so einem Release alles beachten muss. Das macht man nicht von einem Tag auf den anderen, wie ich feststellen musste, aber schon wusste. Witzig, das hat sich gereimt. Ich bin so ein Scherzkeks. Jedenfalls dauert das einige Wochen. Ich mache mir jetzt tatsächlich einen Plan. Ich habe hier mehrere Zettel vor mir liegen und sogar so etwas wie ein Heft und den Laptop, wo ich mir ganz hilfreiche YouTubes reinziehe und wünsche mir auf jeden Fall viel Erfolg. Ich freue mich, wenn ihr mich auf meinem Weg begleitet und bin total aufgeregt und gespannt, was das Ganze wird. Das wird natürlich ein voller Erfolg. Für mich jedenfalls. So, alles Liebe euch und let's do this! Ja, nee, also so geht das ja nicht. Ja. 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 Vielen Dank.